Und ich denke so, ähm, ja, mache ich. Also, das ist, wo du denkst, das gibt es doch jetzt nicht. Aber nur, wenn in dem Wunsch, in diesem Wollen auch die richtige Energie dahinter steckt. Meine Mutter sagte mir einmal, tue das, was du wirklich willst. Erfolg mit Herz. Ich bin ein ganz großer Fan vom Gesetz der Anziehung. Und wir ziehen auch viele unbewusst sie uns selbst an. Aber wir haben uns entschieden, dass sie kommen. Das Leben hat nicht gesagt, so, das ist jetzt deine Prüfung, die du bewältigen musst. Nein, das Leben kann es dir auch viel leichter machen. Aber du entscheidest, was du für ein Leben haben willst. Das ist so, kennt ihr diese Glaubenssätze, wenn die dann sagen, nee, um voranzukommen, da muss ich Challenges bewältigen. Gibt es ja so Menschen. Oder, nee, erst wenn ich die Prüfung geschafft habe, dann kann ich den nächsten Schritt in meinem Leben machen. Ja, dann wird das auch passieren. Dann brauchst du Prüfungen, um den nächsten Schritt in deinem Leben zu machen. Dann mach bitte die Prüfung. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, den Glaubenssatz, hey, in meinem Leben läuft alles ganz einfach. Alles kommt mir auf den Schoß gefallen. Geld kommt von ganz von alleine. Alles gut. Und wisst ihr was? Ob ihr es jetzt glauben wollt oder nicht, vielleicht hat der ein oder andere die Erfahrung gemacht, aber es funktioniert. Es funktioniert. Also ich habe gerade, und das geht teilweise super schnell, ich habe vor drei, ohne Witz, ohne Witz, das ist keine gelogen oder erfundene Geschichte, vor drei, vier Wochen saß ich da und habe gesagt, hey, ich würde gerne in einer Firma langfristig einfach richtig geile Vorträge und Jobs machen. Aber auch gutes Geld damit verdienen. Also wirklich mindestens 2000 Euro pro Auftrag. Ein, zwei Wochen später kriege ich einen Anruf. Ich habe nichts gemacht. Ich habe keinen Vertrieb oder sowas gemacht. Kriege ich einen Anruf von einem Kumpel, der sagt, hey, Firma Amazon sucht für Vortragsreihen circa 26 Stück im Jahr. Wenn du es gut machst, kriegst du den Auftrag, also einen Probeauftrag und dann 26 Folgeaufträge, kriegst du so roundabout 2000 Euro. Und ich denke so, ja, mache ich. Also, das ist, wo du denkst, das gibt es doch jetzt nicht. Aber nur, wenn in dem Wunsch, in diesem Wollen auch die richtige Energie dahinter steckt. Also einfach nur sagen, so, ich werde jetzt Millionär. Das funktioniert nicht, weil nicht jeder will Millionär werden. Weil die Frage kommt ja auch ganz oft, ja, dann könnte ja jeder einen Ferrari fahren. Sag ich, ja, aber nicht jeder will ja einen Ferrari fahren. Deswegen, jeder Mensch hat ja unterschiedliche Wünsche. Nicht jeder will Millionär werden, nicht jeder will Vortragsredner wie ich werden, ja. Deswegen wird das auch nicht passieren. Das ist schon so alles gemacht, das für alle alles gibt. Also es können alle eure Wünsche, die ihr habt, nicht irgendwas Utopisches, so aus Trotz, ich werde jetzt Präsident. Nein, ihr wollt ja kein Präsident werden oder Bundeskanzler in unserem Fall. Sondern das, was ihr euch wirklich wünscht und sagt, hey, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir von Herzen eine Partnerschaft, einen Mann oder eine Frau, der mir, der, die mir, Gender, zur Seite steht und einfach da ist. Wenn ihr das von Herzen mit Energie wünscht, dann kommt dieser Mensch auch. Es kann einfach etwas Zeit brauchen, das kommt nicht so, aber das Universum wird es euch schon geben. Es ist super Deep Shit, aber es funktioniert. Es ist im Prinzip ganz einfach. Ich wünsche mir etwas, ich sage, ich wünsche mir, bam, ich will das und das. So, Wunsch gesendet, Universum sagt, alles klar. Und jetzt ist aber wichtig, dass du in ein, das ist noch nicht der schwere Part. Der schwere Part ist jetzt in einen Empfängniszustand zu gehen und die Hände aufzumachen und einfach zu warten. Mit genau demselben Wunsch, Tag für Tag, Tag für Tag und einfach deinen Weg weiter zu gehen. Und dann kommt das auch. Wenn ich aber sage, ich wünsche mir, aber ich bin es nicht wert, das auch wirklich zu bekommen. Nee, also wenn ich, nee, aber dann muss ich, habe ich ja Verantwortung, wenn ich das kriege. Dann ist schon kaputt. Weil dann kommt wieder, dann sagt das Universum, ja gut, klar, wenn du das, dann kriegst du auch davon mehr. Das ist immer so dieses, das gibt dir immer mehr von genau dem, was du denkst. Und wenn Energie dahinter ist, weil Words don't teach, also wenn ich es nur sage, wenn ich jetzt einfach nur sage, ich bin es nicht wert, aber ich spüre das nicht. Also ich sage es zwar, aber ich spüre es nicht. Dann ist es immer nur aus der Energieebene heraus. Also spüre ich wirklich, ich bin es nicht wert oder sage ich es nur. Und wenn ich es spüre, dann ist es auch eine energetische Arbeit, was da passiert. Wenn ich es nicht spüre, dann ist es im Prinzip gar nichts wert.